Wer macht dir auf den Anmodi? Mittendrin. Wir sind ganz schnell. Jetzt fahr da rein und verendet das Ding. Ja, ich mach. Okay. Macht gut. Bei mir läuft's auf jeden Fall. Ja, ich seh, was hast du gekippt mit dem Ding. Aufnahme läuft bei mir auch. So, fertig. Symboltanes Aufnahme gerade hat's nicht funktioniert. Egal. Ich hab den LKW jetzt da, wo der alte stand. Und dann raus mit dir. Ich bin raus. Ja, auch aus dem Gelände raus. Achso. Ja. Ich nehm mir einfach mal den erstbesten Weg. Das Gelände verlass. Und dann weg, ne? Einfach nur geradeaus auf die Berge dort lang. Ja, bei den Gebäuden. Na, solche kann ich nicht weg. Du bist jetzt raus. Okay, wir haben's. Gut gemacht, Leute. Oh Gott. Unnötig kompliziert alles. Mhm. Okay. Macht alles. Okay. Na, wo berufst du uns gerade noch? So, ich muss bei Ihnen live in der Aufnahme die Einstellung zu uns setzen. Ich hatte ja mein Rad aktiv. Oh, ha. Okay, und ich sag jetzt einfach schonmal Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Ghost Rican White Lands. Hallo. Ja. Ja. Und zwar mit Enno waren wir ein Reaper. Hallo. Hallo. Auch mal schön, bitte in der Folge. Und ich mach gerade mal ab, mach Kisten. Ja, aber okay. Ich hol unseren Schauschützen ab. Ach man. Okay. Ähm. Ich wär auch zu euch gekommen, hier sind überall Autos und so. Ah, aber mit deinem Führerschein ist lange her. Ja, aber mit deinem Führerschein ist lange her. So ein wenig. Ich mach. Ist ja nicht so, als hätte ich gerade in LKB gefahren. Naja, ich hab ja nur gerade zwei Kisten hier geöffnet, die ich noch hatte. Wo befinden sich Sprengmeister und Commander? Da Sprengmeister befinden sich dort, wo die Mission die letzten Male gestartet hatte. Okay. Okay. Und ich bin unten bei dem kleinen Mini-Bakstein-Häuschen. Okay. Okay, dann komm ich mit zum Backstein-Haus. Das ist mir alles bekannt. Sollen Ripper und ich noch den Orden holen? Äh, ich kann den Schauschützen da absetzen, ja. Ja, ich geh mit dir rein. Ich hab den vorhin schon irgendwann mal holt. Okay, ist der echter. Äh. Hey. Bitte nicht so schnell aussteigen. Hier ist auch ein, äh, roter betriebenes Luftfahrtgerät. Äh. Ich sag doch gleich, da ist ein Helikopter. Ist der unten oder oben? Unten. Bei wem, beim LKW. Die Funken. Hier oben ist Munition bei dem Gebäude, wenn ihr braucht. Tango getroffen. Jetzt zeig ich Schüsse. Fuck, fuck, fuck. Okay. So, hier oben ist der irgendwo rein. Muss man kommen. Äh, Granate hier drin. Machen wir die Granate herkommen? Äh, die Schüsse kommen vom Absetzbecken. Okay, ja. Dann, Rückzug. Wir können den Heli nehmen. Genau. Dann machen wir das. Aber der Schafspilot ist noch nicht da, oder? Ja, wir haben Heli. Einsteigen. Mann, wann, du sollst dir keine Opfer schaffen. Und nicht über den Rotor rennen. Pats, Pats, Pats. Pats, Pats. Okay. Ähm, ich würd sagen, wir klauen jetzt das Auto vom nebten Sänger. Okay. Und dafür müssen wir schräg rechts hinter uns hinfahren. Der ist grad unterwegs damit. Mh, die in Sturm? Bitte keine Drohnen einsetzen, wenn wir im Heli sitzen. Ja. Die besten paar Kilometer vor ihm landen, sodass wir aussteigen können und dann können wir ihn blockieren, beziehungsweise ihn mit der IMP wie die Drohne unseres Kommandos ausschalten. Wäre das logisch. Ich nehme mal an dieser Straße, die wir folgen. Äh, negativ nach links. Verstanden. Kurs angepasst. Ja. Das ist ein guter Kurs. Da müssten wir auf eine große Straße treffen. Da kommt er uns dann entgegen quasi. Das ist ein Konvoi. Das Auto soll dem Sänger erst geliefert werden. Okay. Hier jetzt links von uns. Also die Straße, die wir jetzt gerade unter uns haben. Am besten an Landen. Ja, Heli ist bewaffnet. Ich könnte Lüftunstückung geben. Ja, wir müssen das Auto ja klauen. Ja, zumindest für die Vorderen. Also für die Partfolie. Ja. Nein. Wir müssten jetzt gleich an unsere Ball kommen. Ja, ich sehe. Ich sehe. Es ist ein... Ich sehe ein Konvoi. Gelber... Positiv. Ford... Mustang, glaube ich. Ich hab noch... Kannst du unsere Fahrzeuge ausschalten? Ich brauche Beschussbefehl. Beschuss. Warte die Schützen. Der BD ist tot. Schützen sind ausgeschalten. Schützen sind ausgeschalten. Schützen sind ausgeschalten. Ich nehme das nächstmögliche Auto und verfolge den Wagen. Okay. Tu das. Nehmen wir den Heli. Du kannst den Heli nehmen. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Ja. Okay. Sind alle im Auto. Ich habe ihn da noch um die Ecke gefahren sehen. Und... Der hat noch ein... Verwachtes Auto. Bezügliche. Sobald wir auf der Straße sind, kann ich... Verwachendes Auto hinter sich. Das könntest du auch mit dem Heli ausschalten, ne? Bin ich auf richtigen Kurs? Ein Rückzug weniger. Äh... Negativ. Andere Rechnung. Dann hat er vorhin die andere Richtung gegangen. Das Geleitfahrzeug ist ausgeschaltet. Okay. Der Wagen ist jetzt alleine. Ich kann mich vor ihm setzen und ihn ausbremsen. Wenn ich dann eigentlich hier neuer komme. Ich glaube, er hat den besseren Wagen jetzt ein bisschen schneller als wir, habe ich das Gefühl. Ja, wir sind hinter ihm, aber... Er hat halt wirklich ein besseres Auto als wir. Stecken 200 PS mehr als wir. Wenn du jetzt ein bisschen perfekt fliegst, dann kannst du ihn den Weg ein bisschen abschneiden. Er fliegt... Verstanden. Müsste jetzt quasi auf gleicher Höhe auf der anderen Seite des Sees sein. Ja, ich sehe das Fahrzeug. Oh, er hat Fahrschwierigkeiten. Oh! Bleib stehen! Oh! Oh! Ehhhh... Wohohoho! Ehhhh... Ich verfolge weiter das Fahrzeug am besten. Also ich? Wir können ihn jetzt... Am besten keine. Zugriff. Glaube ich. und die tats ist dann erlebt noch das dinge nicht zu schnell aber hallo fahrzeug blockieren indem wir auch andere fahrzeuge einfach auf die straße stellen damit hält der konvoi an und dann kannst du ihn mit deiner imp drohne einfach stilllegen aber dann geht das auto auch kaputt sie geht das auch kaputt ist aber die folge ist weiße war schon mal gut es waren externe einflüsse diesmal sind zwei autos besser ich denke mal das ist einfach aus dem film was ich würde von der straße gekauft okay dann commander ihr job ich merke ich habe den weg abgeführt wenn wir dieses bild mit den ab in der kurve geradeaus fahren wenn die das mit den drei ab und der eine hätte sich die augen die uhren und der andere sich den mund zu ich wüsste ich wäre alle in einem äh wo lang da weiter geradeaus in der kurve geradeaus fahren naja in dieser straße folgen wir dann sind wir irgendwann hinter dem nicht vor dem also da vorne kommt eine stelle da kann er rechts oder links fahren da müssen wir noch abwarten aber rüber ist gleich soweit dem aufgeschlossen dass rüber ihn vorher ausbrennt hat er wieder geleitschotzt garantiert ich wette die sind rechts abgewogen ja ich sehe den geleitschotts ja ich bin da der wagen ist nicht so ich werde mich jetzt nicht aus dem fenster lehnen das ist unser schaust schütze okay wie ich jetzt das weitere vorgehen mit dem ich kann ihn ausbremsen wenn ich ihn überhore er setzt sich vor ihn wenn möglich deiner kurve ist vielleicht eine gute chance nachzubrehen gegen die wand drücken oder so ich kenne es gut aus okay er steht näher setzt zurück wenn wir weiter fahren allmächtiger da kriegt er aber nichts mehr hin bin im auto keine explosiven schüsse machen nimmt das auto los 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 moment ich steig um wo 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 ganz ruhig junge ganz ruhig okay achso ich habe nicht gesehen dass unser commander da schon drin saß alles gut okay wir fahren wieder dahin wo wir hergekommen jemand ist noch nicht im auto bei den vielen autos und trucks die wir klauen da müsste bowman schon eine riesige garage irgendwo auf dem land haben vielleicht lädt sie uns ein ihrer pickups hat man durch die gesprungenen scheiben nicht gesehen mit dass ihr dort alle drin sitzt okay erstmal der straße folgen und schläft genau und kotzt gut geöffnet bei dem fahrer auch auf uns hey bei der strecke bei dem fahrer hier war sehr gutes berufungsmittel oder eine flasche wodka da hilft beides genau so gut erstmal beides zusammen erstmal eine wahl mit vodka runter spüren ja stimmt genau noch besser ist ja einmal der hammer da stehst du ein bisschen länger sonst kommt gleich ein konvoi entgegen okay vorgehen zweiter alle gucken sie aus eigentlich dran vorbeifahren weil das auto soll leben wir wollen auch leben ja ich hoffe dass er uns nicht bringt jetzt neben uns wenn ich es richtig gesehen habe aber warum nicht da drin keine ahnung da konnte man schwer sehen so hier rechts geradeaus wie auch immer das ist aber ein tankerzug und wieder rechts abbiegen sag mal wie soll man denn hier was treten alter ja kannst du nicht die bier helme aus den usa und schöne strafe wobei ich glaube ich lebe das nächste mal eine infusion ja vielleicht kann ich das ja irgendwie mit meiner biomaske hier so ne das ding ist ja schon fortschrittlich genug dass die irgendwas automatisch indiziert dass die automatisch was indiziert ja genau so direkt in den mund einfühlt ne du hast oben an dem schleben super kleine injektionsnadeln sitzen und so ne klinge mit hochkonzentrierten also von meinen patienten habe ich mitbekommen dass am besten alkohol über einen analen zampon eingenommen werden kann in kidnappen ist eine sache ich wusste dass sowas kommt mhm äh haben wir die autos nicht gerade mitgenommen äh ja die haben sich feier geholt bestimmt die wussten dass sie die autos nie wieder lebend sehen ja genau ab mit dem kofferraum ich geh in den körderraum okay vorgehen okay als nächstes müssen wir jetzt zu dem veranstaltungsort von der ganzen chose okay wie geht das hin Moment ich steig ein wirklich schade dass ich hier ja lässt er mich hier reinspringen der straßen folgen lauf chefin lauf 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 ich muss noch was tun für deinen knacker yo reebo schade dass ich hier hinten mich rausschießen kann da kann ich raus ist so nee du brauchst du frischluft da hinten hier so zack nee danke das ist bis die luft ich hatte gerade das gefühl so nach dem motto vielleicht wollte man mal gerade fragen habt ihr heute schon mal genickt clon clon rechts rechts oh schuldigung links ich habe gar kein problem gesehen wo die dort rechts nein guck das klang wie ein schussbefehl das ist egal weißt du was das gute ist ich brauche hinten einfach die Tür aufmachen und rausdrehen vorne nach rechts eh tue das mal wirklich nach rechts hier hier ok oh nein oh nein ah der ist es das ja da das haben wir hier oh nein ach die erkennen ist jetzt wieder hier ist klar dass das hier nen kurve nach links ich höre aber schüsse in meine richtung fall das ist vielleicht unidert straßenverlauf folgen wobei das hört sich nicht so nach unidert an mhm nee das war sanderblanker das war nämlich das wo wir gerade drin waren ok da vorne links so und jetzt der straße lange folgen wir kommen jetzt in eine Stadt rein ach diese Stadt ist mir bekannt und in dieser Stadt soll in dieser Stadt soll das Konzert stattfinden deswegen wir sollten uns hier sicher irgendwo niederlassen irgendwo ab jetzt anhalten ja ist hier gerade sicher? ja boah also wenn wir der straßen noch ein Stückchen weiter folgen dann kommen wir zu dem Konzertplatz jetzt sollen wir auch hin ich seh mir das nochmal genau an irgendwo sind hier Gäger Tango getroffen da war einer also erstmal sollen wir nur den Veranstaltungsort erreichen und der ist wo? ich folge erinnern ihr bewegt euch quasi schon drauf zu da vorne hinter dem Haus wenn ihr da nach rechts abbiegt oder hinter dem Häuserblock da nach rechts ja wir sehen die Anlagen da müsste eine größere freie Fläche sein da befindet sich das eine da sind wir noch eine Anerkierung damit die Rebellen den Nachschub holen nach oben vor uns liegt die Location ich komm einmal auf zu dem Block wo ihr gerade seid und dann schick ich die Dome los mal langsam Feuerteufel vielleicht gibt's noch was subtileres ok ich glaube wir sehen die Location direkt vor uns oder? ja das ist das eingezäunte der Bühne wir sollen die Lautsprecher haben Veranstaltungsort zerstören hier können sie ja wieder ins stand setzen auf der anderen seite ist übrigens ein Alarm und zwei markiert eine dreiergruppe hier sind so scheinwerfer hier sind so scheinwerfer 1 und 3 sind schwer bewaffnet auf dem platz da wow da haben wir eine kleine Gruppe tangos die links von uns gehen auf der Straße sang das nennt man das einfädeln in einem Nadel höher links links ja ok das ist glaube ich eine Dreiergruppe gewesen ja sind jetzt zu zweit die beiden können ja ausschalten aber kein freies Schuss fällt was sind die beiden? ich krieg mal hin hätte freies Schuss fällt hey Jungs dann ausschalten Tango ist tot ok Nummer 4 ist schwer bewaffnet ihm kommt auf der Straße jemand entgegen der leicht bewaffnet ist ok auf der anderen seite sind einige kommt man denn da irgendwie rein oder? ich wurde gerade kurz gesehen in dem Häuserblock wo ich vorhin gemeint hatte dass ihr da kurz davor seid könnt ihr die leicht bewaffneten ausschalten ok ich bin bei der gleichen Position ja nicht nach hoch nicht nach hoch da was entdeckt glaube ich ich hatte gerade ne Meldung reinbekommen dass da was war ok Achtung von hinten nähern sich zwei aus der richtung aus der richtung wo wir her gekommen sind ok Häuserblock eine Person kommt jetzt bei dem Funken ja ich seh sie in den Ding zweite Person ist leicht versetzt dahinter noch nicht töten ok da hast die zweite Person kommen lassen es kommt noch 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 ich habe die zweite weil sie da ist sind wir entdeckt worden? sind wir entdeckt worden? sie ok ich werde die Position wechseln ok bei mir im Haus ist jemand ich muss die Drohne einmal ausschalten sie haben nur Feindkontakt gemeldet aber keinen direkten Zielkontakt ich werde beschossen oh Gott bestätige weiteren Kontakt von der Straße kommt feuerfrei ich werde beschossen kommt rum wo ist er habt ihr wann war habt ihr seinen letzten Standort nein ja doch ach 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 dir direkt ach ich stehe unter Beschuss zwei schwerbewaffnete einer ist down au der hat mich böse erwischt weiteres down no direkt bei dir hinter dir hinter dir du hast die haben mich ganz schön erwischt einer direkt auf den Turm oben drauf habe kein Schussfeld habe kein Schussfeld durch den das geschützt beim Turm ist ausgeschalten ok hast du unseren Sunny ne vorsicht direkt vor euch da er muss hier irgendwo an dem anderen ach ich habe ihn ab die Treppen ach so ach leute irgendwo 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 ist hier noch jemand unser Scharfschütze wo ist der ich such mal mit der medizinischen Drohne der Warnstück da vorne ich such da ich sehe unser Scharfschützen ich kann da eine Fernwiederbelebung machen oh Gott verdammt ok oh die Rippen ich habe nur ein Nickechen gemacht war nichts passiert Vorsicht ich stehe wieder unter Beschuss ich äh habe keinen sich vertrag zum Tango suche das Gelände das hört sich nach schweren an ja ja einer ist erledigt ok wie ist die weitere Vordensweise ich höre immer noch Schüsse und Helikopter wir ziehen uns zurück in das Haus von in das große Haus von dem Block wo wir eben waren hier in dem Gebiet gibt es nur einen Scharfschützen ich komme hier aber leider nicht weg ok warte ich gucke mit der Drohne ich bin oben in dem großen Gebäude hier ist relativ sicher ich bin bei Vanva bei den Hotelern immer noch am Veranstaltungsort ich befinde mich direkt auf dem Hof von dem Gebiet auf dem Hof auf dem Hof auf dem Hof ja ok ich sehe dich er ist bei der Tribüne wir haben einen auf dem Balkon quasi hinter dir über Abschuss bestätigt feindlicher Helikopter feindlicher Helikopter feindlicher Helikopter Achtung ein schwer bewaffneter auf dem Weg zu euch äh wen mitten auf dem Platz nicht mehr ok soll ich mal die Sprengdrohne rausholen damit wir die Lautsprecher aus der Entfernung zerstören können ja das ist eine gute Idee drei Leute sind dort ok dann warte mal gib mir kurz Deckung ja ich gib dir Deckung du bist ja hier gut in der Kuhle Achtung einer noch auf dem Platz wo genau stehen die? direkt auf der Bühne? ähm ja ich denke das müssten die auf der Bühne direkt sein da unten dann weg damit negativ wollen sie anscheinend nicht Achtung noch einer auf dem Weg zu euch da hinten der kommt von der Straße naja ich mach die Deckung einer gegenüber an dem Baustellengebäude ich muss erstmal warten bis meine Drohne da ist ich kann mit dem EMP auch noch versuchen Nummer 2 ist ausgeschalten das war wohl sag mal habt ihr hier irgendwo Kylo Ren rumlaufen sehen? negativ wieso? naja weil hier irgendwie so ein Laser Ding wie bei dem letzten ne vorletzten Star Wars Film so in der Luftschrift ja Tango befindet sich wohl im Gelände ne nein er hat nachgeschalten ja versuch's nochmal wo sind diese verdammten Lautsprecher? wer ist das eigentlich? direkt auf der Bühne hat's nichts gebracht oh äh ich hab hier eine Person in Gewahrsam genommen gerade ok soll ich sie oder ist der der im Jeep sitzt? ja naja den hab ich da vorhin reingestopft der hat sich mir ergeben und dann dachte ich mir aber warum stoppst du da rein? warte mal ich seh hier hinten noch einen Lautsprecher ok dann steig hier nieder von der Bühne weg nicht aus ok der sollte eigentlich rein ok Lautsprecher Nummer 2 sollte down sein aber noch nicht der letzte sehst du denn noch einen? bin noch nicht im Gelände das musst du wie immer mal auskundschaften ich gucke ich seh aber halt nix hier ich seh eigentlich auf keinen wenn das Gelände sauber ist kann ich auch auf das Gelände gehen ich brauch dafür aber links die genehmigung ich glaub ich hab hier hinten noch einen gefunden ne der ist schon kaputt die Drohne ist gleich wieder einsatzbereit im Moment scheint sich die Lage beruhigt zu haben ok das hier vorne ist Audio Technik das sind gerade eine Lautsprecher in dem Sinne ich hab hier hinten einen Lautsprecher ich mach einfach mal EMP was ist jetzt passiert? ich hab hier hinten ich hab hier hinten alles gebracht wann war gehen wir da hatte ich dann nicht schon gezündet ist jemand in der Nähe der Bühne? äh ich bin auf der Tribüne nein ich meine der Bühne oben mit dem Audio Equipment negativ ok dann würde ich jetzt nochmal meine Drohne sprengen hoffe das sind die Letzten negativ wollen wir noch nicht hier will mich jetzt auch auf das Gelände Frage ich seh keinerlei doch hier hinten in dem in dem Ding hier also in dem Container im Container ah ich seh sie warte kurz mhm Granate rein im Wurfel aaaah ach da Granate fliegt nehmt das ihr Säcke gut gemacht Moment ein paar Explosionen und El Chido hat die Rosen voll er hat Schiss vor rivalisierenden Kartellen also wurde das Konzert verlegt worüber reden wir? um den höchsten verschissenen Gipfel in Malka Besucher dieser schwer befestigten Bergspitze können die schöne Aussicht und eine riesen Statue von Santa Muerte genießen und es gibt nur eine Zugangsstraße so kann man auch für die Sicherheit sorgen wenn sie wollen schnappen wir ihn bei der Abreise zu riskant nach der Show verzieht sich El Chido auf dem schnellsten Weg nach Mexiko die beste Gelegenheit und toll ist sie nicht ist meine Ansicht nach während des Konzerts scheiße ok ok wir holen uns Eintrittskarten und versuchen El Chido nach Ok mach das die Lautsprecher sind hin nichts für ungut aber die können sich jederzeit neue kaufen aber El Chido kann sich keine neuen Eier kaufen er hört von der Explosion und läuft mit angekniffenem Schwanz nach Hause Vorsicht ok ok das Speichervolumen der Speicherkarten scheint gerade voll zu gehen langsam ja ok wer war dran ich denke ich also ich hoffe es hat euch eingefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann Tschüss 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 Tschüss